Entgegen der ursprünglichen Planung geht heute doch nochmal Biomutant auf dem Plan, da der Umbau für die Switch dann doch ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen wird und das ist heute auch die Menge gekriegt. Machen wir morgen, versprochen, aber heute erst nochmal eine Runde Biomutant. Untertitelung. BR 2018 Willkommen bei Biomutant So kann man wirklich nicht leben. Mach aber trotzdem weiter. So, wir wollten noch Bauteile finden. Jetzt brauchen wir eine Ziegelhütte. Also geht es jetzt hier hinten nur weiter in Richtung Paket 5. Okay. Es geht doch nichts über die eigenen Beine. Das sollte gehen. So. 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 Wenn es die Gegner bleiben weg, die man in die Hicht hat, die kommen nicht zurück. Sehr anhenehmer Spielumstand. Oh, das ist die Gegenteil, das ist die Gegenteil. Irgendwelche mutierte Kappen. Kannst du instigieren? Guter Schuss, das gibt eine Narbe. Hier gibt es nichts zu holen. Spüre, wie die Nacht dich umschließt. Wie der Schrecken, der die Nacht durchgeblättert. Was gibt es hier? Was ist das? Und warum? Da steht einer. Erstmal hier in Poland. Mal sehen. Piff, Puff, Außenpost. Okay. Zu wem auch mal der gehört. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Warnt dich, von deinem Bündnis mit einem anderen Stamm zu wissen. Ähm, hmm. Handeln? Nicht handeln? Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Das war nett von ihr. Ressens sind sie mir nicht direkt feindlich gesungen, das ist schon mal schön. Ressens sind sie mir nicht direkt feindlich gesungen, das ist schon mal schön. Sollen die sich da draussen einfach verhauen? Es bleibt keine Zeit zurück zu blicken. Für dich geht es nur vorwärts. Denktenheit 20, ein Heft. Also für ein Hand Waffe. Okay. Nein. Oookay. Landen lässt mich. Oh! Der Schiff. Mutationen. Hat trotzdem nur einen Punkt gekostet. Irgendwie. Oder wieviel hatte ich? Fünf. Nur dreimal. Ah, was rüber. Nicht genau aufgemacht. Ein überhalten. Ja. Warum was für ein Treffer? Ja. 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 der langer hat diese nacht gedauert was ist denn da? kann ich hier sehen ja noch irgendwas sieht nicht aus ja mal hinten gucken wo es markiert ist Kommen wir mal hin, die haben wir gesucht. Ich schieße da schon wieder. Willi wo hin? Ich weiß nicht, was ich zu erinnern habe. Ach, die Viecher hat aber schon. Erst noch mal. Das kommt doch nicht, weil du im Weg bist. Die Kräfte? Ach, jetzt kann ich den Kleinen mitnehmen. Ich streich meine Beine. Guck, was hier hinten noch so gibt. Nimm den Tag in dich auf. Von dieser Stadtschaft sind nur noch Ruinen übrig. Was, denn jetzt hat er noch fliegender Frosch? Mit Zähnen? Mein toter fliegender Frosch mit Zähnen. Oh, die hacken nicht so viel aus wie die anderen Viecher. Schatz. 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 Und alles. Schatz. 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 Dann lassen haben wir wieder nichts. Ne. Nischt. Ja. Hallo ok ein gestell polster das sieht gut aus das sieht nicht einladend aus ich höre doch eins da war ja so so drehen wir uns aber nochmal nach Westen gucken wir nochmal über den Rand vielleicht kriegen wir das hier dann noch ein bisschen heller einmal da mehr sehen können ich muss noch irgendwas eins von vier hm was haben wir übersehen das muss ja hier noch eins von vier hier da sind es glaube ich nur noch zwei hier sind es noch zwei mit h7 automatik gewähr mhm interessant seht ihr unten schafft wo kommt diese krebs schau mal in der Sturz machen stimmt nehmen wir mal sieht gut aus da wo 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 Doppelhand Zweihand Ungewöbel Ok Nehmen wir den Irgendwas habe ich übersehen Es sind noch zwei Sachen hier zu finden Aber Oh Oben drin wahrscheinlich Hm Da war ich Das ist ein platter Viech Oh Den habe ich irgendwie übersehen Kaskade Kaskade Stufe 8 Ok Also die Vögel kann man also auch ein Gut zu wissen Muss ich mir mehr Und da haben wir nochmal vier Ok Oder auch nicht Bereich nochmal verlassen Mal zurück gehen Mal gucken ob er dann umsacht ist 4 von 4 Wenn ich dann Mal weiter gucken Oder noch irgendwas anderes finden 3 von 4 3 von 4 Verdammt Ich glaube ja Ich glaube ja Dass da oben noch was drin ist Wie komme ich da hoch Wie komme ich da hoch Im Außen drin Ja Ja Ich glaube ja Nun Das geht auch nicht Auch wenn wir uns mit heranspringen. Ein Koffer über sich. Koffer habe ich doch jetzt alle aufgemacht oder nicht? Der ist offen. Ich habe den Koffer auch noch nicht aufgemacht. Das war aber auch nicht Nummer 4. Das haben wir aufgemacht, das haben wir aufgemacht, das haben wir aufgemacht, das haben wir aufgemacht, das. Das können wir auch nicht holen. Den Pod können wir auch nicht holen. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Oops. Okay, die fängt da aber man kann damit nichts machen. Nicht mit den kleinen Knuddelfiechern. Das ist zu steil. Aber nicht rum. Das Tagende ist fast da. Dann wird es ja wieder dunkel. Dann wird es ja wieder dunkel. Und ich habe den vierten Schatz hier noch nicht gefunden. Wenn ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann. Weil ich habe da schon ziemlich viel herausgelegt. Das finde ich gerade ein bisschen doof. Ich bin jetzt hier ein bisschen mehr vorne. Okay. Oh, nee. Das ist auch nichts. Das ist ja mal gar nicht weit weg. Am besten. Das hier unten. Müsste. Mit dem Bot hier langlaufen. Da muss ich hier irgendwo hochgehen können. Das holen wir mal aus. Mh. 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 Das ist wohl noch fast nicht zurück. Das ist keine Schlafenszeit. Mh. Nö. Da würde ich ja hier nicht rumlaufen. Echt jetzt. Vielleicht baue ich die Krähen später auch noch, wer weiß. Das ist ein paar. Das hier, das hier. Das ist so, das. Also das ist da. Hier wird noch ein schickes. Ein Bunker? Kann ich da rein? Das sieht interessanter aus. Das sind schon mal zwei nette Sachen auf Eindruck. Lüfters. Oh, Wasser. Was da ist? Darf ich noch nicht benutzen? Eigentlich fehlt mir hier irgendwas. Auch wenn es hier aussieht, als wäre das wieder so ein Dreh-die-Knöpfe-damit-was-funktioniert-ding. Ist da nicht eben was dran geleuchtet? Da hinten leuchtet aber auch was. Nehmen wir es mal da rein. Wird mal auch nicht okay. Das ist bestimmt irgendwie so ein Auftrag aus der Stadt über uns. Dann sind hier bestimmt ganz viele Gegner. Soweit ist es, wenn ich hier was tun muss. Da weiß ich schon mal, dass hier drei Motoren sind, die man entscheiden kann, sollen muss oder so. Sonst ist hier mal gar nicht. Und nichts. Ganz kurz. ja sieht okay aus wo bleibt nur die dämmerung da hat jemand niong niong ja 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 Okay. Leitung, du hast angefangen zu hauen. Selber schuld. Was ist das? Ein Flugmobil? Damit bin ich bestimmt schneller. Jetzt bist du in Schussstadt. In diesem kleinen Schiff gibt es eine Verbesserungswerkbank. Mal sehen. Ein großes Ödler-Tier. Was ist das? Geht's mal. Sieh, das ist Spurknäuel. Später vielleicht. Denkwimmhändler und Waffenverbesserungswerk. Denkwimmhändler. Wackenhändler. Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche Dinge an. Dann zeig mir ja, was da ist. Gib dir zu verstehen, dass du nirgendwo sonst ein so gutes Angebot findest. Ist okay. Vielleicht nicht kurz im Master hast. Okay. Das ist definitiv nass. Ich muss erst mal verkaufen. Ich muss erst mal. Das ist belief. Jawohl, gut Problem. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt hast du was du wolltest Erkennt, dass du schnell einen Handel abschließen willst Rät dir aber, dir für ein gutes Geschäft mehr Zeit zu nehmen So, das kann man uns jetzt leisten Ach, das ist wieder eine Schrotpinte Ja, okay Natürlich ein Genauigkeitsbonus Preiswert Das sieht nett aus Gibt noch mal einen ordentlichen Reichweitenbonus Okay, okay, nice Röntgenstrahlen. Widget aber plus 2%. Aufsatzwort. Genau, was du brauchtest. Ein gutes Geschäft. Heute brauchst du kein Bad. Guck mal, was hier oben drin ist. Eine Verbesserungswehr von Keter. Ausrüstung und Röpfelkürze. Wenn man ein paar nochmals leicht entdeckt werden, dann findest du die Gewähr nicht in Dörfern und Aus. Schlafen wir nochmal auf. Verbesserungswert. Denken kannst du sowohl mit der Qualität aus. Das Material der Gegenstände verbessern. Das kostet zwar was zu großen. Die Gegenstände jedoch erheblich aufwerten. Jedes Teil und Zusatzteil deines Gegenständes verbessert. Das verbessern wir auch. Das kostet auch mehr. Aber auch mehr Bot hat. Äh, ja, genau. Das wäre zwar sehr nice. Das würde gehen, aber ganz ehrlich, will ich das. Schürf dir nicht die Hände auf. Das brennt. Was zu Nissan. Hecht. Bio-Gefahr. Scheußlich. Da mein Pot Ja Kröpfe Es ist ein Loch Es ist ein Loch Ich muss jetzt mal hier unten in die Höhle gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Jetzt wird da rein. Genieß das, solange du kannst. Ach klar. Technologie kann nicht alles erledigen. Eine kleine, nette Höhle. Schönbau genannt. Äh, Kratien, wupsi. Gehen wir da doch lieber erstmal mit dem Bot rein. Raus aus der Blechkanne. Das war auch wieder unterrisch. Ich hab mich oben wieder doof gesucht. Ah, stopp. Okay. Fümpelchen. Stopp mal 10. Sieh dir diesen Tag an. Wie denn? Ich bin drin schon. Oh, da. Hm, was kommt denn das? Guck mal her. Steckerplatte. Das sieht man nicht jeden Tag. Nö. Ja. Was du holen kannst. Gepolzerte gelbe Weste. Stufe 15. Das sieht aber nice aus. Von den plus 48 gegen Bio. Das Ding anlege habe ich 100% Bio. Dann könnte ich bei... Ja, das ist nice. Pilo halte ich auf jeden Fall. Und ich kann noch... Nee, ich kann weniger Zusatzteile anbringen. Aber es ist egal. Hier geht es darum. Die Resistenz. Die ist cool. Das ist sehr cool. Das war's zu beschrotten. Das ist ja. Okay. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. auch frei an die bio gefahr oder das kriegt sogar jetzt schon tragen mitnehmen ein rucksack ausrüstung rücken ein rucksack ja Ich bin Pszczyk. Legendary. Klingt irgendwie nicht schlecht aus, machen wir noch mehr Schaden und das Mal abziehen, nervt und was war es? Eure Rad geht da natürlich extrem hoch und macht noch mal. Möge Möge Schaut. Wenn das Ding sieht extrem krank aus. Ohne Frage. Und mir fehlen noch 2 davon. Da. Ah, ja. Trotzdem zu wissen, was man schon mal machen kann. Zielweise. Ups. Unrundet. Schutting. Ich weiß nicht, ob wir hier unten kommen können. Leute. Ah, echt? Da ist noch was. Ein Strassschild. Okay. Aus einem Automaten. Toilettenpapier echt hin. Sehr weit. Hm. Okay, da wären wir von hier oben gar nicht erst hingekommen. Was wollen wir denn jetzt? Hier ist das nächste. Und das ist in einer kontaminierten Zone. Aber ich habe ja jetzt. Volk gegen Bio-Gefahr. Das wird mir helfen. Was bist du? Ein Quitschkneck. 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 Oh, wasah? Oh, wasah? das nenne ich eine fleischung ein astreiner treffer wow das gefällt wenn wir uns noch mal das ist irgendwie unter mir Du hast Bionucleus 8C gefunden. Diese Türme sind eine der Hauptgründe für den Untergang der alten Welt. Endlich hast du was zum Anziehen. Also tut mir das Bionucleus nichts mehr an. Nimm es ernst, sonst scheiterst du daran. Kiesel und Steiner, wie nimm das? Dein Kralleisen ist zu schwach, um diese Türme zu finden. Du musst es bei Kiesel verbessern. Nimm dich vor dir selbst in 8. Katharina Wunderschmack 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 Trainwack Ich betreifele das Knotenkeule. Okay. Ich weiß nicht, dass hier noch so viel Vegetation rumlummert. Das ist ja so viel Zeit. Bio-Punkte. Das ist ja so viel Zeit. Ich habe noch nicht gesehen. Das ist tot. Okay, nice. Ich glaube, da sollte ich trotzdem nicht rein, oder? Okay, mit Banatieri oder etwas versorgen. Ah! Mach mir das mal. energie ist auf dem maximum auf die nase voll auf die zwölf echt scharf sicher ist Gibt es noch etwas interessantes? Eigentlich habe ich hier etwas markiert. Gucken wir mal. Hier gibt es noch Biobabbehälter, überall eine Beute, zwei Stück. Notationsplatz und im Hintergrundbereich. Okay. Dann wollen wir noch mal gucken. Was ist das? Interlevant. Was ist denn dran von an? Mal sehen. Okay, das ist wohl der Weltenfresser, den ich angreifen soll. Interessant klein. Auch ich. Das ist nun mal der Unterwandbereich. Was hier oben noch ist. Ne. Es wird Zeit, deinen eigenen Weg zu gehen. Gucken wir mal, wo es hier so abgeht. Oh, was ist denn der Motiv? Oh, was ist denn der Motiv? Das sieht ja sehr gesundheitsbejahend aus. Für mich ja nicht wieder hoch, ne? Doch. Okay. Aua. Die Treffer machen sich bemerkbar. Kann man so bezeichnen? 원래? Wegen der Rüstung. Viel Sinn macht das gerade. So, ist ne Riesi so. So. Ah, das ist gut. Mehr Rüstung. Trotzdem 100% Riesi. Ah, da sind... Komm, Explosionsfässer, das ist gut. Die Höhe hält dich nicht auf. Mich nicht, aber das ist nicht leicht. Ich weiß, es ist ein bisschen... ...unfair... Aber wenn es funktioniert... Ich mein, die Leiter ist da. Und ich wollte sie nicht nutzen. Ah, nein. Das war doch. Okay. Hier oben Eis und Zaubern ist es sogar. Hehehehe. Gelernt. Nein. Nein. Strahlen. Hörbar ohne. Da. Es geht um. Es geht um. Ich liebe dich. 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 Ahn. Auch immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die dinge wieder in deiner eigenen hände okay so flach wie eine pfütze die grotte es lohnt sich die tiefen zu erkunden die auf deinen eigenen stampfern macht ordentlich schaden gibt aber energie regeneration plus ja ich will gar nicht in diesem wasser gibt deinen augen eine chance sich an die dämmerung zu angenehmer stufe 18 mann aber das team lohnt sich dann ja in sieben und einen neuen schuss es nicht hammer schrubbt Ihr seid wohl ganz durch, oder was? Ihr seid wohl ganz durch, oder was? Ihr seid wohl ganz durch, oder was? Ja. Was ist das Ziel von dem Spiel? Das Spiel dreht sich im Endeffekt um diese postapokalyptische Welt. Dort ist halt von einer bösen Firma alles bioverseucht worden und alles was so rumgelebt hat noch ist mutiert. Und du spielst halt einen von diesen mutierten Wesen und versuchst halt die Welt wieder so ein bisschen zu regenerieren. Und da gibt es dann, was man hier sehen kann, mehrere Weltenfresser. Dieser Typ hier ist einer von denen. Das ist hier dieser Jumbo-Knoll, das ist der erste, da gibt es so noch ein paar mehr. Ne, sechs mehr glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Ich glaube, bin noch aufgepasst. Und die müssen halt vernichtet werden, um möglichst die Welt wieder so erblühen zu lassen. Dann gibt es noch sieben Stämme von mutierten, die dann entsprechend, äh, wenn ich jetzt, also ich gehe jetzt auf der Seite des Lichts. Das heißt, ich habe mich dazu entschieden, die Stämme wieder zusammenzuführen und zusammen mit allen, äh, dann wegen dieser, äh, Weltenfresser vorzugehen. Man kann auch die Seite der Dunkelheit wählen. Wäre es hier umgekehrt, dann wäre ich hier bei den, bei denen hier, äh, hätte ich dann angefangen und würde dann so nach und nach alle auslöschen. Und dann die alleinige Weltherrschaft an mich reißen und, äh, die, äh, Weltenfresser unterstützen. Das halt alles unwerte Leben ausgerottet wird und, äh, nur die Arten gerade kommen, sozusagen. Und das kann man sich dann halt mehr oder weniger, äh, aussuchen, in welche Richtung man gehen möchte. Und das ist halt echt witzig gemacht aufgrund der ganzen Namensgebungen, die die hier haben. Ich meine, das ist halt auch schon echt witzig eigentlich. Da war doch gerade noch so ein kleines Viech. Ähm. Da ist es. Und dann da. Ja, also von der Aura her. Ähm. Ich bin jetzt schon, äh, hell mit zwei Dunkelzuch 20 hell. Äh. Äh. Ist. Relativ einfach, wenn du diese kleinen Viecher, die du da gerade eingefangen hast, findest und dann streicheln im Behalten schon hast du den Punkt hell dazu. Und dann je nachdem, wie du halt in Gesprächen interagierst, kannst du dann entsprechend auch nochmal, äh, Punkte dazu kriegen. Also sowohl hell als auch Dunkelpunkte. Dann gibt's aber zum Beispiel Flashbacks, die die Vergangenheit, die du dann auch durchspielst. Das ist dann halt nicht so, dass es nur gezeigt wird, sondern du spielst es halt tatsächlich durch. Was ich eigentlich ziemlich cool finde. Weil man sich, äh, weil auch das Einfluss auf die Gesamtgeschichte nimmt. Denn, je nachdem, wie du dann halt dich auch in dieser Vergangenheit dann verhältst, erinnern sich dann die Leute in der Gegenwart dann an dich. Als wenn du dann Arschloch zu denen warst, ja, dann helfen die dir in der Gegenwart halt auch nicht so gerne. Wenn ich dann viel gedacht hatte, dass auch nur so ein 20-Mann-Team ist, die das programmiert haben, wenn ich das mitgeschickt habe. Das ist eigentlich schon... Finde ich gut. Das hat Spaß gemacht. Hab ich noch nicht... ... die Hosen. Die könnte man ja theoretisch gleich mal anziehen. Du bestimmst die Richtung. Ja. Diese Zone, in der ich jetzt hier rumlaufe, die ist irgendwie... ... kontaminiert. Oder... ... sauerstofffrei. Deswegen... ... verdere ich halt relativ schnell... ... Energie, wenn ich hier langlaufe. Ohne den Robby. Okay. Okay. Das ist meins. Wow. Da hast du Glück gehabt. Oh Gott. So, jede Kleinigkeit, Veränderungen bei den Botachten. Ich habe mich gerade ein bisschen der Angel ausgefahren gehabt. Warte, ey, wie kommt das her? Und warum? So. Such mal die nächste Ausbaukiste. Natürlich auf der anderen Seite. Da oben. Ich möchte möglichst viele Wrackkisten finden, um den Bot noch so gut wie möglich auszubauen. Ich könnte ja erst mal gucken, was ich überhaupt schon einbauen kann. Ich werde schon wieder viel mehr gefunden haben. Drachenschädel belassen wir mal. Oh, der hat er noch gefunden. Das hat irgendwie alles keine Stats. Also wirklich nur Kosmetik, wenn mir das aussieht. Das ist wieder hinten. Die Schulterteile. Mal sowas hier. Seltener. So, hier schicke ich es. Aber nicht rauszummen. Das ist ein bisschen schade. Stand war. Was hab ich mir erzählen? Noch übler als vorher. Was? Jetzt sehe ich es mir dazu. Sieht aber ein bisschen komisch aus mit den Füßen. Mach dich mit diesem Gefährt vertraut. Kommt der drauf her. Komm mal her. Kabumm. Das war noch nicht sofort. Jetzt. Okay. Ja. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Die müssen wir wieder durch die Höhle ziehen. Oder hin. Ja. Hier lang geht auch. Das ist gut. W城. Ja. Wieh. 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 Glaub ich nicht. Okay, das ist tatsächlich oben drauf. Ich mag Geräusche. Zeig für ein Abenteuer. Ein gutes oder schlechtes. Mit dessen, dass ich meine ganze Bioresistenz eingebüßt habe. Weil ich das nicht gesehen habe, dass man seine andere Resistenz einbüßt, wenn man die andere hochpusht. Und sich plötzlich nur noch einen Bioresistenz. Und das ist irgendwie ziemlich weh Scheiben. Das wummt nicht. Das ist doof. Hätte man mir auch vorher mal sagen dürfen. Gerne. Das ist, wie ich weiß. Das ist ein Zeug. Die muss ich jetzt nicht unbedingt anlocken. Ich kann mich auch drin vorbei, ohne dass ich die angreifen muss. Oh, wir fahren mal hier lang. Oh, da ist was. Ich bin jetzt aggressiv, du Viech. Ja, oder auch gar nicht. Ja, aber wirklich. Ups, sie schreien. Gut, das ist. Sick. der ist bunt unten rum ich habe das glaube ich gestern schon mal gesagt wo sind die granaten wenn man sie braucht das sieht mir noch sehr vielen gegnern ist die kette die ich haben da ja ja Wir haben einen Starter, aber das ist okay. Kann ich mir noch einen Schraffschutz noch mehr basteln? Stellen... ... wo was... ... neu? Wirst du etwas bauen? Ja... Reichweiten-Bonus... ... und auch noch ein bisschen Reichweite... ... das wollen wir jetzt nicht von bauen... ... aber so können wir das erstmal bauen... ... 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 das sieht interessant aus was gibt es denn hier zu entdecken das ist die subnautica station ist keine sprache aber ich glaube er sagt dass es sich freut ein freundliches gesicht zu sehen davon sieht man heutzutage nicht so viele sagt es ist schön dich wieder zu sehen sein name ist glibbo er hatte in den alten tagen versucht das schwimmen beizubringen erinnerst du dich glibbo meint du warst als kindling so aufrichtig das kann er immer noch spüren selbst aus der ferne glibbo sagt erinnerungen schwinden erstaunlich schnell jeder ist die summe der eigenen erinnerungen nur zusammen kann man sich an die geschichte so erinnern wie sie wirklich wahr ja du probier die tutu hat ihn vergisst man nicht so schnell niemand außer ihm ist so glubbig er ist einzigartig glibbo meint erinnerungen bewahren dinge für einen sicher auf bis man bereit ist sich ihnen zu stellen er versteht dass du zurückgekehrt bist um gegen lupa lupin zu kämpfen dieses schicksal hast du all die jahre mit die herumgetragen er sagt die katastrophe damals hat das gute in dir nicht ausgelöscht es ist immer noch da so hell leuchtend wie in deiner kindlingsheit jetzt ist die zeit gekommen um dich zu erinnern und zu handeln dein leben ist ein leben keine geschichte von der du nur gehört hast er findet dass dies das richtige ist nur wer vergibt kann wahren frieden finden das ist kein rennen das sagst du nur weil du verlierst das heißt nicht dass ich falsch liege meint das leben auf dem glibber ist unbegrenzt so viele orte zu denen man reisen kann natürlich ist nicht jede reise einfach welche magst du am liebsten dann begib dich aufs offene nass allerdings ist dort alleine zumindest bist du an einer neuen küste landes und neue freunde findest du kannst kaum glauben dass die welt es schaffen wird was das wohl für den glibber bedeutet kann du sie denkt dir für deine versuche das nass zu entglibbern findet die myriad haben mit dir eine gute wahl getroffen ihr seid beide wie sonnenschein auf dem nass das ist unser anblick schwer zu ertragen und jetzt so hell heller als alles andere strahlt weiter aber hey zurück zum glibber die war nicht gestern ist bereits vorbei es kommt darauf an was du heute und morgen tust um weiter zu kommen du solltest die vergangenheit fürs erste ruhen lassen na klar er kann die subnautica station nicht verlassen weil die verschmutzung seinem anzug zu stark zugesetzt hat du musst also genug schrott sammeln um seinen glibber gleiter zu verbessern fangen mit der alten frack kiste draußen an nochmals zurückkehren sobald du den schrott gefunden hast du solltest so schnell wie möglich dafür sorgen den glibber gleiter gegen den pummel schnauber kampfbereit zu machen du kannst von glück reden das vor der küste noch genug fracht aus der zeit vor der apokalypse treibt vermutlich ist ein tanker turm gegen einen riff gestoßen und untergegangen ach ja was zum einsammeln wahrscheinlich nicht es ist zeit das richtige zu tun für die richtigen werte einzutreten um Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, irgendwann gucken wir da noch mal an. Bleib oben sitzen, dann wird alles gut. Wirklich, ich weiß. Mal schauen, was wir die Kisten finden. Ich bin jetzt echt hardcore. Irgendwie mag ich das. Okay, Sonne? Keine Sonne. Das ist ein Transportmittelreiter. Oh, so, welches Reit hier oben? Das ist sonst wo, wenn wir das erscheinen. Okay. Ja. Ja. Was sieht das? Sieht auch meinen Leuten aus. Große Kiste. Große Kiste, das ist klar, das Ding. Mal sehen. Du stopfst durch das Dorf Pock. Ja. 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 Gute Waffen. Gute Waffen. Gute Waffen. Gute Waffen. Gute Waffen. Meint der Sifu habe sie hergeschickt, um gegen den gegnerischen Stamm zu kämpfen, der ihr Dorf heim sucht. Ah. Dann ist es auch da. Guten Tag. Gute Waffen. Dank fürs Folgen. Gute Waffen. Als wäre die Seuche, die das Land befällt und ihre Ernte zerstört nicht schon genug, um das Dorf in die Knie zu zwingen. Ja, das mit der Switch-Übertragung, das war mir heute ein bisschen zu viel, hier alles umzubauen. Mach ich morgen Vormittag und dann geht's. Also morgen Nachmittag werde ich dann wahrscheinlich mal anfangen mit Immortals Phoenix Rising. beziehungsweise ein Neuanfang für den Stream. So, jetzt wird erst mal ein bisschen weiter gemacht. So wird die Fäule genannt, die seit dem Ende der alten Welt durch die Apokalypse das Land heimt. Ja, da Alex ja bei seiner Mutter ist, bat ich irgendwann am Mittag nach Mittag. Und, keine Ahnung, wahrscheinlich auch wieder so bis 11, 1, 2 Uhr nachts oder so, mal gucken. Irgendwann zwischendurch mal ein paar Minuten reinschauen, wird das schon reichen. Denk ich mal. Versteht, dass du beschäftigt bist. Und da Holz für das Dorf. Was war denn da? Mach mal Automatik, genau. Die Stämme brauchen jemanden, der sie eint. Ne, jetzt nicht. Muss noch Holz wollen. Aber wo? So, da hinten, ja. Ja. Will ich irgendwann mal machen, weil das Ding kostet über 100 Euro so ein Greenscreen vernünftiger. Weil ich will nicht so ein Multigestell mir irgendwie hinter mir hinstellen und da dann irgendwie so ein Tuch dranhängen. Ich hätte dann gern so eine Leinwandbox, die ich dann einfach hier an der Seite stellen kann, wenn ich nicht streamer. Ja. Und die von, wie heißt die? Legato, Elgato? Keine Ahnung. Ich komm grad nicht drauf. Da hatte ich mir schon bei Amazon was zurecht gesucht. Ist wohl von der Qualität ja ziemlich gut. Und ich werd mir das irgendwann zulegen, aber keine Ahnung wann. Momentan geht's doch erstmal so. Äh, ja, aber ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe, mir so ein Ding an den Stuhl zu nehmen. Habe ich mir auch angeguckt, aber ich weiß nicht. Zumal wenn ich mich dann hier so ein bisschen so hin und her bewege, dann... Äh, die sind ja dann auch nicht so groß, weil man muss ja irgendwie an den Stuhl noch passen. Und dann... Ne, ne. Ich leh mich auch gern mal zurück und... ...würste ja dann so ein breites Teil hier haben, ne? Gut, ja. Dann doch lieber einfach die Leinwand hinter mir aufstellen. Eine Leiter wäre besser. Ja. Ach. Der Morgengraut. Das ist ja Klamotten. Ne? Habe ich. Plus Nano A. Das ist ja laut. Das ist ja laut. Wie fällt er denn das? Wenn's im Dorf hat. Jawohl. Dann bauen wir die... Oh, halt ihn auf. Das Spiel? Ich hab's mir vorbestellt, äh, bei... Instant Gaming. Und, äh... Da ist für 38 gekriegt. Mal gucken, ich glaub das Angebot haben die noch. Instant Gaming.com Also Instant-Gaming.com Da kriegst du ziemlich krasse Rabatte für ziemlich alle sonst. Ob jetzt, äh, für die Switch, für die Playstation, PC. Das sind ja ziemlich gute Preise. Und, was keine ruhige Minute Augen zu Zeit zulässt. Denkt, je weniger Kolosse es gibt, desto besser. Egal welcher Art. Temtem? Was ist das? Ich hab's über meine Jury-Ukulier. Meint der monströse Flauschkoloss muss hier irgendwo sein. Du, ah, oh, 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 oh. Kolosse sind schwer zu besiegen. Doch am Ende geht es nur darum, ihn ordentlich zu durchlöchern. Du, ah, oh, 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 oh. Keiner außer dir hat eine Chance gegen den Flauschkoloss. sagt dir nicht genug da hanken zu können ein klauschkotter ein klamotten erkennt dass du schnell einen handel abschließen willst aber dir für ein gutes geschäft mehr zeit zu nehmen zitronenscheiben scheibsen ach du kriegst die nicht nette schilder polster noch weniger coolen paket die energie plus aber in der generation macht keinen sinn ausgelöst riesen katze riesen grinsen katze eine hosihose liebe namen in dir ich bin echt der knall ein angenehmes geschäft einen frischen start muss man einfach lieben oder schmiede genau möchte unbedingt dass du einen blick auf die waren wird sagt hier ist der beste ort für ein gutes geschäft lasse ich nicht über den tisch ziehen dann haben wir hier den bereich auch abgeschlossen ich habe es kaputt gemacht achso nicht solche beim sägen des holzes ja das heißt hier zerstörer die wollen ja dass ich das mache ich schon mal gratis kaputt machen da dann helfe ich so dass dort wieder aufzubauen ich gehe zum stammesmitgliedsendorf zurück die dürfte da hinten rumgammeln na alles wieder heile es ist mir drei stämme zersiegt alles wieder geil hat keinen zweifel dass du das vertrauen und die unterstützung dieses dorfes verdient hast taten sprechen lauter als worte du hast gute arbeit geleistet hat immer ein offenes ohr du hast gute arbeit geleistet du könntest altes gegen neues eintauschen süß schadenfeindes es braucht ein torf ähm da war mein ein ganz neuer tag auf jeden Fall magie ha oh nächste box oh neue ihr seht ist viel ist die 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 im Giftbereich aber auch die Resistenzen so verhauen ab vorhin also wenn du dir das Spiel holst achte drauf, du kannst mit diesen Biopunkten und den Mutationen die Resistenzen anpassen wenn du allerdings eine Resistenz höher ziehst dann gehen die anderen runter wusste ich aber nicht ich hatte die Bioresistenz auf 100% und dachte mir so, okay, ziehst du den Rest jetzt auch noch hoch ich habe erstmal die Antistrahlung hochgezogen ja, aber dann hatte ich plötzlich keine Bioresistenz mehr das war ziemlich doof da muss man also mal aufpassen ja, vom Map-Handling her ist es schon so ein bisschen wie Horizon Metallschwag und daraus kann man robuste Sachen machen ja komm ich hier rüber ich glaube das ist schaffbar das war da hinten hier sieht noch ein Kontrollposten von meinen Jungs aus Hallo das zeigt was eh eine Bohnene das gelichen die gleichen sich aus ja irgendwie schon also es gibt wohl irgendwie nur eine maximale Prozentzahl die du da verteilen kannst aber das war mir irgendwie nicht bewusst wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon wie ruhig dieser Ort ist hier kannst du dich erholen wenn aus Tag Nacht wird und andersherum dann geht es weiter so, gehen wir hier weiter haben wir hier schon mal äh oh ja ich sollte jetzt nach links gehen war es nicht ganz selter aber ich kann hier keine Töpfe zu drüber nehmen ne hat also doch nicht so viel von selter oh oh da da ist du 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 Ich glaube, hier unten gibt es bestimmt irgendwas. Ach, es gibt wieder Batscherei. Das war schnell vorbei, was? Ja, irgendwie schon. Das klingt laut. Was ist da? Das ist das Feldneu-Ding. Lauschifich. Dieser Plast ein seltener Anblick, koste ihn aus. Die Tierwelt hier steht am Rande der Auslöschung, so wie alle. Schon wieder der Fleischfresser. Nichts scheint seinen Hunger zu stillen. Wenn du nicht eingreifst, ist es um die Zniege geschehen. Lass dich nicht zurückbringen, beschütze die Zniege und vertraue das Fleischhaus. Shane, wirf mal einen Blick auf diesen Plastiker an, Dorf. Kleine Dinge für deine großen Ideen. Wapp. Okay, da, ich habe schon vorます. Du hast eine des Znstoffen ge destructionstree. Sei dankbar, dass es dich aufsitzen lässt. Ah, na, schau mal an. Ein neues Reit hier. Das ist ja frisch. Kann einfach durch den Bambus rein. Gut. Mehr Holz. Ich und mein Holz. Ja, man kann diese Schriftzüge wohl abschalten irgendwie, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich finde das witzig. Das Spiel gefällt mir genauso, wie es gedacht ist. Auch wenn viele sagen, dass das Intro halt irgendwie viel zu lang dauert und generell alles irgendwie, ich weiß nicht, dieser Sprecher geht den Leuten auf den Zeiger. Ich finde das cool. Das macht den Charme irgendwie aus. Das sieht aus, was wir dann haben. Das sieht aus, was wir dann haben. Das sieht aus, was wir dann haben. Seeminen. Kann ich mal zerschießen? Ja, dann. Ja, sehr gut, ich komme schon wieder. Am besten hier, da wo es nicht so grün ist, rüberhüpfen. Was ist denn jetzt eigentlich, gehört das jetzt mir? Nein, es gehört nicht mir. Ich darf doch nur kurz, jetzt werde ich mit weiten. Das ist aber schade. Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Natürlich, bei wem sonst. Die linke Ziege. Sei ganz leise. Das hier ist ein Munsternest, ohne Zweifel. Ich könnte langsam gehen, wenn ich einen Game Control oder so ein Gamepad hätte, aber ich habe keins, was vernünftig am PC funktioniert. Ja, ich finde diese gesamte Sprache halt auch irgendwie total cool. Dieses Gnibbel, Glubber und Blah, total geil. Ich mag das. Was waren jetzt alle Kisten? Ach, guck mal an, das Flauschkoloss-Netz. Na, wer hätte das gedacht? Können wir das ja gleich mitmachen? Vielleicht. Vielleicht scheiße ich auch noch nicht. Vielleicht speichere ich aber erstmal. So, ich habe vor fünf Leveln das letzte Mal gespeichert. Neun Spielstritten haben wir jetzt. Ach, ne, guck mal, die Potizienliege, die kann ich jetzt dabei rufen. Cool. Dann gehe ich, ne? Ne. Dein Anblick entlockt einem stets ein breites Grinsen. Hi. Ähm. Okay. Ach, das ist der Pilger. Kommst du hierher? Der Lotus-Stamm und du werdet ein gutes Team abgeben. Gegensätze bilden ein Gleichgewicht. Dies ist der Anfang aller Dinge. Eine Art Energie, eine Vollständigkeit. Die Apo. Nebeg-Gül. Drittlech-Gücü-Oji. Fragt sich, ob es irgendjemand mit dem dreiköpfigen Weltenfresser aufnehmen kann. Vielleicht nochmal 15 Stunden oder so. Wer von Nütze. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Weizum-Bab-Zianzimir. Dein Anblick entlockt einem Stets... Ja, tschüsschen. Ihr werdet euch wiedersehen. Na dann, äh... Gucken wir mal. Ah, ah. Ein kleines Bruch des vier Links. Okay, so streicheln und behalten. So, und wieder hell. Mehr hell, mehr gut. Oh. Oh, mit Feuer. Ja. Ich bin geringer. Monsterschlüssel 3E. Okay. Das habe ich gar nicht gestanden. Ich war hier. Pass nur auf, dass ich keine an dich heranschleiche. Wie soll denn das gehen? Die Schlüssel, oder was meinst du? Weißt du, was du den Schlüssel meinst? Keine Ahnung, ist die erste, die ich gefunden habe. Ne, die kleinen Eichhörnchen sind, äh, lustigerweise, äh, kannst du die benutzen, um dein, dein, äh, deine Aura zu verändern. Ich benutze die halt, um meine Aura in Richtung hell weiterzudrehen. Deswegen habe ich jetzt, ich hatte ja eben 24, oder was? Ich bin jetzt bei 28. Ähm, du kannst die auch nicht streicheln, sondern irgendwie schnappen und, äh, irgendwo in deinen Korb schlopfen. Ähm, dann geht halt dunkel hoch. Ähm, die brauchst du für... Was meinst du für den hier? Ähm, das ist irgendwie so eine Art Sondermunition für den, wenn du gegen die Weltenfresser kämpfst. Diese Eichhörnchen werden dann da quasi rausgeschossen und, äh, ja, ähm, lenken den Weltenfresser dann in der Art ab, dass du ihn dann verhauen kannst. Zumindest, so die Theorie desjenigen, der mir das Ding gebaut hat. Okay, Schlüsselschluckmonster. Kiste, geheimer Beutebunker. Hm, Beutebunker klingt gut. Den suchen wir uns mal. Was ist das? Im Dunkeln kannst du dich gut anschleichen. Ja, schön. Ich will ja wissen, was das da ist. Ah, auf der Bulli kann man sich ja so festhalten. Okay, ich kann damit irgendwie nichts machen. Lange schwimmen kann man hier übrigens nicht. Das zählt an der Energie und wenn die weg ist, dann kannst du auch in einer Pütze ersaufen. Gefühlt. Jetzt ein bisschen... Naja. Strange. Bunkerhänger. Nee. Da blinkert was. Jetzt ein bisschen Metallschrott. Ich bin lange noch nicht alles gefunden, aufzusehen. Ich kann wissen, wofür ich diesen Schlüssel gebrauchen kann. Ich kann wahrscheinlich in diesem Bunker, nehme ich an. Hören wir mal darüber, vielleicht hilft das. Hören wir mal darüber, dass du das Boot brauchst. diesen kleinen speeder den er mitnehmen kann ich weiß nicht warum die immer mit lebewesen schießen müssen aber sie tun es diese kreise hier die pulsieren die du da siehst das sind immer so sachen wo du irgendwas tun und finden kannst die sonne ist noch weit entgegen dass irgendwo dieser bunker angang noch sein hier sei ja gefunden du hast nichts zu verlieren die dinger könnte ich irgendwann auch mal benutzen so eine legendäre maske hat keine zusatz teilplätze das taugt ja nicht ein pichu wachse ordentlich rüstung ein bisschen resistenzen beute chance auf sechs prozent erhöht ok ausrüsten ein erweitertes mag ok wackeln noch aufsatz mod für waffe perfekt wenn du etwas flexibles brauchst ich muss es auch noch im grünen automat geben gut da sagt seit die welt untergeht hören manche nichts anderes mehr als das ticken der uhr klick gehört dazu er möchte jede tür in der welt aufschließen und er sollte sich lieber beeilen bevor es keine türen mehr gibt schätzt das ist ihm egal ihm geht es ums schlösser knacken nicht um die beute sagt wenn du nach klick suchst findest du ihn naja überall im ernst so wird der ort genannt an dem er seinen laden aufgebaut hat was für ein sinnvollzeiligen sagt wenn er es weiß verrät es dir vielleicht ja vielleicht aber da kann man gute spiele wenn sie zum damen bringen können Nachts wünscht man sich manchmal den Tag herbei. Krähe unter Wasser. Ist von daher nicht gekommen so hin. Ah, hier gibt es drei. Tadaa. Alles gefunden. Sehr gut. Handykneter. Trauer und Viech. Da ist was. Achso, Kreatur töten ist natürlich dann dunkel. Ganz einfach kaputt. Da. Ich werde nur töten. Mach ich aber nicht. Ach, bitte. Ein Baum. Hallo Baum. Klipzer Kugel. Okay. Die Dämmerung ist angenehmer für deine Augen. Das sind also Muscheln. Aha. Hätte man mir ja mal früher verklickern können. Ja. Das ist doch bloß. Das ist ziemlich, ne, da hinten rein, da kann man aber weiter drauf, den Außenposten. Ich auch noch nicht, da bin ich auch noch mal hoch, Blitzhummel, ja, gehen wir erstmal, da gucken, die sind auch noch Höhlen. Hier wird nicht. Hm, noch eine Musche. Ein Brillantball. Von einem Spähplatz aus kannst du die Welt ungestört beobachten. Gut, dass das keine Energie kostet, hier hochzuklettern. Diese Geschichte hat so viel Macht, wie du ihr gibst. Nein, mit Kälte 2, okay. 408 bis 650, ich glaube, ich muss noch mal was modifizieren. Und da. Mehr Psi, bis ich levitieren kann. Stellen. Äh, reiche Flacheisen. Modifizieren. Modifizieren. Wiest. Hm. Wiest. Und hier, der Kälte, kann man auch noch nicht in der Höhlen wie in der Höhlen ist. Ne, ist jetzt auch noch mal ein paar Höhlen wie in der Höhlen. Um ein paar Höhlen wie bei der Höhlen ist es auch noch ein paar Höhlen. er ist gut und plastik tun das gut zeit für den aufsteht oder abstieg aus dem plastik haben da ließe sich sicher was feines herstellen das ist ein unterschwimmer komplett ohne besatzung noch fang lieber an bevor der tag vorbei ist so so weg! Und noch Epsi! Und noch 3! Und Stupenaufstieg. Gar nicht übel. Glück. Oh. Hier. Noch mehr drüben. Das hat sich gelohnt hier hochzukommen. Hier noch was im Lapp. Vielleicht nur vorhin schon. Ich bin zurückgelaufen. Ah. Ich bin nach Süden. Okay. Da. Ich bin nach Süden. Ah. Ich bin nach Süden. Okay. Ach. Das ist nur... Die Klage, die das Land vernichtet, muss aufgehalten werden. Toast. Fertig. Nur weil es hier einen Strand gibt, musst du nicht gleich abtauchen. Was? Warum nicht? Grüne Zeug zieht er seine Energie ab, ja. Oh. Seid jetzt von sich Energie weg. Oh. 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 Okay. Ich geh dann mal. Oh. 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 Oh, oh. Oh. def videos are over the world. Das ist nicht. Tja, gehen wir mal da hin. Ah, ich darf mir tatsächlich jetzt ausruhen, welches Ziel da kommt. Oh, das habe ich übersehen. Holzreste sind wunderbares Baumaterial. Klar. Da oben ist das. Ah, da oben ist das. Ähm, dann am besten hier hin. Ah, da oben ist das. Das ist doch viel kürzer. Ja, da oben ist das. 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 Ja, da oben kommt da oben. Ja, da oben ist das. mehr zu sagen miss fascia lala findet da die welt jetzt zugrunde geht erscheint sie einem viel kleiner hat vor einer weile einen terror globus gesehen eine rundwelt karte so etwas könnte reisenden wie dir nützlich sein la watschenksepp bricht man sie sagt es ist wie eine gewöhnliche karte aber man dreht sie la watschenksepp bricht man sieben sagt wenn du den teraglobus hättest könntest du ihn auch leichter finden was beweg bepa mann barboppak für wanderer wie dich wäre ein teraglobus äußerst praktisch wenn ich eine dröhne oma traio edro chodium nonchalte tople die meisten verlassen ihre eigene gegend aber du du willst die ganze welt sehen schätzt der globus ist für dich genau richtig erst mal ein stoppinkel hier mal sehen in der weltwissen begegnen mit dem teraglobus hm da oben ist der also kann man ja mal machen du solltest im wald nicht ziellos herumstreifen ein sack mit druck der taugt nix das ist das ist der Wenigstens gibt es eine Aufwandsentschädigung. Haha. Nightlinger. Defect 2. Ok. Ich mach dafür aber ordentlich Schaden. Klausel Steinbeeren. Schauen wir uns mal einen Tag. Levitieren. Klausel Steinbeeren. Ich kann auch schnell. Schützen. Klausel Steinbeeren. Klausel Steinbeeren. Klausel Steinbeeren. Klausel Steinbeeren. Klausel Steinbeeren. Klausel Steinbeeren. die die gegner durchdringen dafür ist durchdringung aber irgendwie nicht vorhanden aber es klingt das ist interessant was auf wo du das reittier anpackt und dann kann ich es darum ja ich sehe nichts du hast schon bessere tage gesehen reite deine reittier solange es sich reiten lässt vielleicht musst du nachmachen oder bin ich schon wieder zu weit du hast einen kreuzweg entdeckt entscheidungen entscheidungen ja Was ist das? Was ist das? Nicht alles, was der Kuhkasten überträgt, interessiert einen. Aber wenn es das tut, geht es mitten ins Herz. Oh mein Gott. Okay, das ist Kunk. Ja, ich komme ja schon. Nicht so schreien. Ja. Viel Spaß beim Reiten. Lass dich nicht beißen. Von was denn? Du hast Hoggerhome entdeckt. Hier gibt es irgendwo einen Krimskramshändler. Mal sehen. Lass mal die Stande wissen. So, gibt man gleich viel mehr. Ja, Pijen, du. Jotolo. Sagt, für dich gibt es einen Spezialpreis und eine schöne Verpackung. Sagt, du bist in guter Gesellschaft. Alle wollen ein gutes Geschäft abschließen. Wozu? Wozu? Oh. Oh, ein Stoffschad. Das sieht interessant aus, ein Zweizack. Insgesamt ein guter Handel. Was sagt man dazu? Warum auch immer ein Hammerkopf im Ofen liegt, aber... Sieh sich das ab, wenn der Funkenprutzler funktionieren soll, müssen die Schalter aufeinander abgestimmt sein. Genau so funktioniert der Funkenprutzler. Ding! Und fertig. Das ist zwar nicht genau, was du wolltest, aber dafür ging es schnell. Das schön. Das solltest du behalten. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Das ist BAM! Das war's. Ausgestellte Chance. Ist da etwas dabei? Ein schläger süßes. Geht das auf? Nee, kann ich noch nicht. Wie ruhig dieser Ort ist, hier kannst du liegen. So, wir müssen das Dach ausruhen. Sie hat gewartet, ist aber lieb. Was ist das? Wie aus wie ein Laden. Sagt, für dich gibt es einen Sp... Zeig mal. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Ausgebild den, okay. Der hat... Welcome. Vad ist das, was ich editierde. Ok. Gehirnkraftstoff. Eine lila Blöcke. Das sieht radioaktiv aus. Da unten muss ich. Ok. Dann biegen wir hier mal ab. Gibt es ja auch wieder Gegner. In diesem alten Haus könntest du ein wenig herumstoppern. Oh. 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 Und... ...dach das. Wohin du auch gehst, dir stehen harte Zeiten bevor. Eine Bomberjacke. Und die macht 30 Resi auf Nuklear. Das werde ich aber noch brauchen. Experiment 101 Jacke. Okay. Du musst den Globus drehen, damit der Atlasograph funktioniert. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Besser als nichts. Besser als nichts. Besser als nichts. Besser als nichts. Das ist in der Nähe. Das ist in dem radioaktiven Bereich. 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 nur noch ein paar versuche mach bloß nichts falsch okay warte mal regen leiterplattenrätsel gefunden aus welches licht ausgewählt ist ok die farbe eines lichts ändern die scanners erinnern sich auch alle angrenzenden lichtern nur noch ein paar versuche mach bloß nichts falsch die 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 Das war's für heute. 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 Immer noch. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Okay. 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 Das war's. Das hier ist Zinky-Ding. Hier ist Schuka zu Hause. Ja! Ja, das bist du. Wenn niemand handelt, wird die Welt mit der Zeit untergehen. Bestimmt. Du bist überrascht, dass du aufbrechen musst. Er ist sicher schon mal von dir gehört zu haben, aber sein Gedächtnis ist gerade ein wenig vernebelt. Er fragt sich, ob du etwas zu trinken für ihn hast. Weiß darauf hin, dass er auch hungrig ist, aber er hat stets Durst auf mehr. Er sagt, du scheinst auch mächtig durstig zu sein, nach Taten in dieser Welt. Er weiß nicht, ob gute oder schlechte Taten, aber du scheinst vom Schicksal getrunken und den Geschmack gemocht zu haben. Er fragt sich, ob du ihm dabei helfen könntest, seinen Durst zu stillen. Dann wäre für ihn wieder alles flüssig. Du bist ein Tugut, also weißt du, dass du helfen willst. Tugut. Sagt, das Leben ist wie ein unbekanntes Getränk. Manchmal unglaublich, manchmal furchtbar. So oder so, man kann erst nicht mal trinken, wenn man tot ist. Richtig, darum geht es ihm ja. Aber mit neuen Getränken kann man nie aufhören, sonst wird es langweilig. Möchte für dich sein Glas erheben, da du die Welt ein wenig verbessert hast. Respektiert deinen Drang zu helfen, selbst wenn das Schicksal der Welt schwer zu verdauen ist. Versteht, warum du dich den Myriad angeschlossen hast. Genau wie du mögen sie es, in Ruhe zu trinken. Sagt, er verkauft ihnen Getränke. Beim Trinken bleiben sie meist unter sich. Doch wem kümmern die schon? Sagt, wenn du das gute Zeug suchst, wirst du so enttäuscht sein wie er. Der Gluckermocker, der Trinkertrunk und sein Favorit, Radium-Sirup. Der ist inzwischen sogar noch berauschender, weil er in Tanklastzügen gealtert ist. Ohne ein Getränk, und das gilt besonders für Radium-Sirup, kann er sich nicht bewegen und auch nicht so gut denken. Da seine Geisteskraft direkt von der Menge an Sirup abhängt, die er geschluckt hat. Darum wird er Schlucker genannt. Das Trinken hilft ihm, den Zustand der Welt zu vergessen. Aber immer nur bis morgen. Sobald die Sonne aufgeht, geht die Welt immer noch unter. Sagt, dass dadurch erst dein Inneres so schön anfängt zu leuchten. Du solltest wissen, dass er auch andere Interessen verfolgt. Er ist zum Beispiel der selbsterkläerte Ornithologe der Nassinsel. Selbst in diesen dunklen Zeiten ist dein kühles Getränk nicht die einzige Möglichkeit, sich zu entspannen. Und zu deinem Glück kann er dir helfen. Na dann, wie geht's? Ja, dann geht's. Ja, dann geht's. Piepsern beim Flattern zuzusehen ist zwar schon beruhigend, aber noch besser sind die, die man sich ansehen und drücken kann, so wie die Quaker. Es ist sehr entspannend, sie zu quetschen. Ja! Sie können besser schwimmen als Flattern. Mit dem Netz solltest du also welche fangen können, ohne Selbstflügel zu benötigen. Das war eine sehr lange Kunde. Ja, ich glaube gleich, wenn du jetzt in Nahkampf angefangen kannst du einen Schwotthaufen jetzt tragen und diesen Gewehen. Das war eine sehr lange Kunde. Das Ende dieser Welt schlief bevor, und von allem anderen. Nicht realisieren! Er hat gesessen. Er hat gesessen. Er hat gesessen. Ach, das war der monstrose Applaus-Konos. Okay. Hm. Okay. 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 Oh. Mit diesem Gefährt bleibst du auf dem Glibber schön trocken. Die Quarkermulde. Ein ziemlich irrer Ort. Okay. 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 Kabelverbindungsräte Kabelverbindungsräte Und dann? Ich hab nichts Neues in Teams Ist mir doch was geschickt zu sehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ufff. Ach, ich sollte echt nicht mehr nachmachen. Äh, kann ich ja enden. Check. Wieso kann ich das schon wieder nicht aufpassen? Das finde ich mir dann doch ein wenig verbucht. So, let's die. Äh, Klänge? Einhändig bis 122. Wie? Du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Träubt sich wie das Haar von jemandem, der unter Strom steht. Sagt, du musst die Schalter aufeinander abstimmen. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Und jetzt das Ding rausnehmen? Ne. Warum nicht? Ich finde das nicht so ganz fair. Die Kästen sind doch eigentlich dazu da, dass du das rausnehmen kannst. Wenn man das nicht aufmachen kann. Wenn man das nicht aufmachen kann. Oh Mann. Ich weiß nicht warum man die drücken will. Ja, die ultimatäre Nachwaffe ist da oben. Ach, die darf ich jetzt auch aufmachen. Zerwett. Ich bin ein Duschkopf. Oh, geil. Gut gemacht, Käpt'n. der supposedly. Ich bin ein klinker. Ich bin ein klinker. Ich bin ein klinker. Jetzt gleitet es sich noch besser. Noch ein Seaschein. Das ist 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 noch ein Seaschein. Das passt. Jetzt kannst du so viele Schüsseln an signalisieren wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Das ist noch ein Seaschein. 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 Okay. Okay. Das ist noch ein Seaschein. Das ist ein Kopfkasten aus den vergangenen Tagen. Ein Gerät, das Schlausachenpieps zeigt. Wäre nicht überrascht, wenn er noch funktioniert. Die Eingeber müssen verbunden sein, damit der Kopfkasten startet. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das ist eine Kopfsache. Es geht um Software, nicht Hardware. Erfolg ist innerer Frieden. Innerer Frieden. Oh Scheizen. Und schon bricht ein neuer Morgen an. Oha. 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 Und dann hat er lieber was dabei. Das war ein Manu. Was findest du denn? Dein Anblick entlockt einem stets ein breites Grinsen. Weiß, dass du noch andere Dinge zu tun hast. Jedes Mal noch aus der Typ. Hüttes. Hüttes. Hmph. sagt das Solange das Karma existiert, wird sich die Welt verändern und alle ändern sich mit ihr. Da ist das grüne Ding. Die behagenden Teile kann ich nicht bekommen ohne die Brechstange. Die beste Art über Glibber zu gleiten. Die beste Art über Glibber zu lösen. Das ist praktisch. Ich kann mich ja vorhin nicht drausen. Das ist ein Moment. Nur eine Platte? Okay, man muss da drauf bauen, um noch mehr rauszukriegen. Na hoffentlich. Okay. Okay. Jetzt verstehst du mehr. Zeit zum Glibber gleiten. Okay. Okay. Das ist Hobidon. Ein heimeliges kleines Dorf. Lieber auf den Glibber gleiten, als verklebt in den Glibber gleiten. Ganz bestimmt. Ich bin auf die andere Seite. Okay. 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 Let me see ya. Okay. Ały soon. Yeah. Ohоты. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bestimmt das hier sagten schrottkumpel wäre mehr wert wenn du ihn besser in schuss hieltest wünscht ihr alles gute eigentlich wird ich da die kleinen groß zu ziehen wenn das weltende ihnen keine zukunft gibt doch mit den tierchen könnten sie die zeit vielleicht gut überstehen sagt es seien winzige kreaturen namens die einfach zu niedlich sind ja davon habe ich einige dabei befreundet sein möchte findet es so cool dass die kindlinge ihre tierchen haben überall tummelt sich so viel freude das darf ich nicht machen meint die welt sei zwar schon fast hinüber aber wer will schon stinkend sterben da draußen rostet ein kleidernässer vor sich hin aber er funktioniert noch stell dir nur mal vor im handumdrehen saubere kleidung zu haben sagt manchmal tut er das aber man kommt nicht so leicht zu ihm hin ist überrascht dass noch niemand den kleidernässer gestohlen hat es war zu groß und zu schwer und davon bleibt nicht mehr viel stell dir vor sie haben maschinen gebaut die ihnen die hausarbeiten abnehmen ganz bestimmt findet es furchtbar dass man kein gutes gebäck mehr findet klar klumpi backt ziemlich verrückte sachen aber der geschmack und wie man sich fühlt wenn man sie isst nein danke schätzt dass es zumindest den magen füllt gerüchten zufolge haben klumpis backwaren allerlei seltsame nebenwirkungen für seine verrücktesten kreationen sind allerdings nur wenige mutig genug dann probiere sie ruhig sagt es gibt nichts worüber klumpi lieber redet sie so so es so das öl hat dieses land schon vor langer zeit beansprucht es 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 Ich bin nicht mehr auf dem Weg, aber ich bin nicht mehr auf dem Weg. preis und gibt dir zu verstehen dass du nirgendwo sonst ein so gutes angebot findest 10 50 prozent und morgen werde ich dann schauen dass ich den setup für die switch so weit fertig kriege und dann gibt es morgen hoffentlich immortals phoenix rising und beginn dann mal gucken wir heute da kommen bis dahin wir sehen uns erst noch mal speichern alles klar dann war es noch bye bye